Auf der Suche nach Österreichs Top Tomate werfen wir einen Blick in unsere Kühlschränke. Den Anfang macht der gemütliche Günther aus dem eigenen Garten. Als nächstes die nette Nina aus Niederösterreich. Aus dem heißen Spanien, der sensationelle Santiago. Oder ist es die maglose Maria aus Mexiko. Der wahre Gewinner ist Günther. Achte beim Kauf von Obst und Gemüse auf das Herkunftsland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017